Solana steht vor einem 1000% Pump. Wie wir darauf kommen, welchen Fahrplan wir über als auch untergeordnet diesbezüglich verfolgen und welche Levels dahingehend jetzt auch schon in den nächsten Tagen eben interessant werden können, schauen wir uns jetzt hier gemeinsam alles in diesem Video an. Und damit würde ich sagen Servus und herzlich willkommen zum heutigen Solana Spezialupdate von Trading & Air. Wir schauen uns heute Solana hinsichtlich der Elliott-Wellen-Theorie an, gehen wie immer zu Beginn ganz kurz darauf ein, was hat sich die letzten 24 Stunden bei Solana getan und gehen dann rüber in den Chart. Wie sieht es da aus, welche Levels sind interessant, welchen Fahrplan verfolgen wir und welche Levels bieten sich hier gegebenenfalls auch für mögliche Trades an. Bevor wir anfangen, wie immer noch eines vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben lassen, falls es noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über einen Kommi, um die YouTube-Algo zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Was ihr auch sehr gerne machen könnt, ist einen Kommentar mit einem Altcoin eurer Wahl zu schreiben, dann wir gucken uns alle Kommentare an, schauen wir, wenn es sich anbietet, würden wir den dann eben die nächsten Tage hier mit einem Video eben für euch analysieren. Genau, so viel eigentlich vorweg, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Solana notiert hier aktuell roundabout bei den 59 US-Zollern und ist damit gesehen auf die letzten 24 Stunden mit sage und schreibe hier 16,4% im Plus. Market Cap natürlich ähnlich, hier mit 16,4% im Plus, notieren hier aktuell bei den 24,8 Milliarden US-Zollern Market Cap bei Solana. Bevor wir jetzt in die genauere Analyse hier einsteigen, ganz kurz noch ein Hinweis. Sollten wir irgendwo in Trades einsteigen, halten wir euch da immer in unserer kostenlosen Telegram-Signalgruppe up-to-date. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So sehen die Signale beispielsweise aus. Wie immer, muss natürlich dazu gesagt werden, das Ganze ist keine Anlageberatung, so traden wir. Ihr könnt diese Trades nachmachen, müsst ihr es dann natürlich nicht. Wir traden hier auf Bidget, gibt es auch einen Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch über diesen Link registriert, spart ihr euch erstens 10% lebenslänglich an Gebühren, unterstützt natürlich den Kanal und habt, wenn ihr hier die Signale nachtraden möchtet, überhaupt keine Kursabweichungen mehr. Sonst Talk-News-Gruppe auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr hier den Austausch in der Community sucht oder einfach ja kleinere Trade-Ideen und Updates von unserer Seite aus Intraday, wenn sich was Spannendes getan hat, eben nicht verpassen möchtet. Gut, starten wir rein mit Solana und beginnen hier erstmal ganz übergeordnet auf dem Daily-Time-Film. Wir gehen davon aus, dass wir mit unserem All-Time-High bei Solana eine übergeordnete weiße 1 ausgebaut haben und zwar das Ganze wie folgt hier im roten Count untergegliedert. Und dementsprechend 1, 2, relativ lange 3 reinbekommen, kurze 4, kurze 5. Demnach hätten wir jetzt hier unsere erste 1 ausgebaut und der Count der roten 3 findet ihr einmal in gelb und wären dann dementsprechend hier im W, X, Y nach unten gekommen. Die Y nochmal im A, B, C und hätten jetzt hier dementsprechend unsere weiße 2 auch bereits gefunden. Haben wir auch perfekt unser 0,5 ergätet, was eben den Count auch nochmal stützt, dass wir hier eben bei den 8 Dollar roundabout umgedreht sind und jetzt aktuell hier eben in unsere weiße 3 gestartet sind. Und da beginnen jetzt tatsächlich eigentlich die Mindest-Targets, auch wenn es kein übliches Target für eine Welle 3 ist. Die anderen sind aber so exorbitant hoch, dass es einfach für uns aktuell keinen Sinn macht, hier das Ganze anders zu counten, dass wir eben sagen, okay 0,618 wäre jetzt hier angelegt über unser 1, 2 die nächste wirklich markante Haltestelle für unsere weiße 3. Und das Ganze liegt hier bei den 622 US-Dollar. Wenn wir uns jetzt hier gerade mal unser Lineal schnappen und das Ganze vom aktuellen Preis bis da hoch eben reinziehen, sehen wir, wären hier ungefähr 1000%, was auch natürlich bei Weitem hier nochmal ein All-Time-High bedeuten würde. Können wir uns aber ganz gut vorstellen, für die, die uns länger verfolgen, auch gerne mal die Bitcoin-Videos dazu auschecken, dass wir da eben jetzt sowieso nochmal ein weiteres All-Time-High sehen werden. Deshalb ist das Ganze für uns hier definitiv nicht unrealistisch. Dann würden wir natürlich nochmal eine 4 und eine 5 erwarten, um dann hier unseren übergeordneten ersten großen Impuls auszubauen. Dann würde man natürlich eine große Korrektur erwarten, aber das ist wirklich sehr, sehr weit auch in die Zukunft gedacht. Ja, wie counten wir aktuell unsere weiße 3? Da gehen wir mal ein bisschen näher hier an das Ganze ran. Und erstmal hier machen wir den ersten Count ein und sehen, okay, wir gehen davon aus, dass wir hier eine Orangene 1 hier einmal ausgebaut haben, mit der Orangene 2 hier runtergekommen sind, hier auch perfekt wieder das Golden Pocket gehittet und dann jetzt hier aktuell hochkommen in unsere Orangene 3. Die Orangene 3 hat hier ja Mindest-Targets, beginnend beim 1,618er, bei den 95 US-Dollar unserer Meinung nach, um von dort aus dann eben nochmal hier eine 4 und eine 5 auszubauen und hier unseren ersten, nächsten Impuls eben dann nach oben und raus abzuschließen. Die Personen unter euch, die bereits mit Elliot-Wellen vertraut sind, wissen schon, was jetzt kommt. Und zwar, wenn wir jetzt einmal unseren Mikro-Count anmachen, unterteilen wir die Orangene 3 hier auch bereits nochmal im Impuls. Dementsprechend haben wir hier aktuell im primären Count ein Doppel-1, 2 drauf. Und beide Wellen-2-Korrekturen sind sozusagen im Golden Pocket hier reingekommen, was eben die höchste Wahrscheinlichkeit hat, anangelaufen zu werden, was eben diesen Doppel-1, 2-Count eben nochmal unserer Meinung nach stützt. Dementsprechend werden jetzt für unseren Untercount der Orangene 3, für unser gelbes 1, 2 eben, jetzt hier aktuell für diese gelbe 3 Mindest-Targets bei den 71.000 US-Dollar. Und das wollen wir jetzt auch tatsächlich hier mit unserer gelben 3 sehen. Dann würden wir jetzt eben hier nochmal eine 4 und eine 5 erwarten, um dann hier unsere Orangene 3 eben in diesem gelben Count zu vervollständigen. Was natürlich auch sein kann, wenn wir jetzt hier wirklich extrem bullish unterwegs sind, dass wir eben hier unseren Zielbereich rausnehmen und hier überextendieren, dementsprechend ins 2,618er reingehen. Dann können wir uns mal ganz kurz diesen Bereich natürlich auch einschalten. Dann wären es hier wirklich erst die 170 US-Dollar, die dann wirklich erst interessant werden können. Gehen wir aktuell nicht davon aus, ist aber natürlich möglich. Wir gehen eher davon aus, dass wir jetzt hier wirklich unseren Zielbereich anlaufen, eine 4 und eine 5 ausbauen, dann hier oben in unseren nächsten Zielbereich reinkommen und dementsprechend dann hier unsere Orangene 3 eben auszubauen. Eine weitere Option, die aktuell noch besteht, da machen wir gerade nochmal unseren Mikro-Bullish aus, gibt es nämlich, dass wir das Ganze hier etwas anders counten, nicht im Doppel-One-Two, sondern im regulären One-Two und eben die 2 hier einmal im Flat gefunden, dementsprechend One-Two, wenn jetzt aktuell hier in unserer Orangene 3. Auch hier können wir uns natürlich mal ganz kurz die Bereiche reinladen, inwiefern die sich verändern würden. Und zwar schiebt es sich das Ganze hier ein bisschen noch nach oben, was dementsprechend sein kann, wenn wir jetzt hier nicht unseren Zielbereich, den ich jetzt hier gerade angezeigt habe bei den 71 US-Dollar hinten, sondern davor umdrehen, dass wir eben hier uns in diesem Count befinden. Dementsprechend würden wir dann jetzt hier ein One-Two-Three-Four-Five noch erwarten, dann würde erst dieser Bereich wieder greifen. Heißt nochmal zusammengefasst, wenn wir jetzt hier unseren Bereich bei den 71 US-Dollar nicht hinten, davor umdrehen, handelt es sich sehr wahrscheinlich um diesen Count, dass wir eben jetzt hier nochmal eine etwas größere Korrektur erfahren. Dann in die Bereiche, können wir uns mal gerade reinladen, hier in den Bereich hier 32 bis sagen wir mal 25 US-Dollar und dann eben nochmal mit einer 3, 4 und 5 hier hochzukommen oder wir befinden uns tatsächlich im Doppel-One-Two, da machen wir ganz kurz nochmal mein Zeug hier zurück, dass wir eben sagen, ja, wir kriegen jetzt noch unsere 71 US-Dollar und haben dann eben hier unser Doppel-One-Two ausgebaut, kriegen dann hier eine gelbe 4 und nochmal eine gelbe 5 hier rein, um unsere übergeordnete Orangene 3 eben zu vervollständigen. Dieser Count wäre im Endeffekt natürlich bullischer, da wir jetzt hier nur einen kleinen Rücksetzer in der 4 erwarten würden und dann hier nochmal eben in Richtung higher high zu kommen. Genau und das soll an der Stelle auch schon gewesen sein. Wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support. Gerne mal ein Like und einen Combi dalassen. Wie gesagt, gerne auch Altcoins in den Kommentaren dalassen und sonst würde ich sagen, Traderien ist raus. Wir hören uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst die Tage regulär zum Krypto-Update wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.